PC schmiert mich auch Hier macht mal jemand von euch Mellochen, wolltest du nicht mal als zweites? Oh, ich hab ein komisches Teichshoppack fällt mir grad auf Was mach du als du hattest? Du musst das mal klären Du musst das mal klären, welcher Ja, welche Ablöse, das musst du mal klären Wie déjà, oder nicht? Ja, wegen wen Ja, hab ich doch schon gesagt Decision Wird man wissen denn? Ah, verdammt Wissen hab ich echt geschrieben Also, die bauen hoch Ne, echt Die haben hochgebaunt Hallo, komm Achtung, Achtung Zurück gehen, die jumpen Oh nein, 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 nein Haben die keine Blöcke UBERU, der hört uns aber nicht Und das geht übelst lange noch Nice, boah, gerade ziehen Flach, flach, flach Ja, er hört uns nicht immer noch 1, 2, 3 Er hat 2 gekriegt, lass mich Komm spring du her Boah, das war die Angel Das war die Angel Das war die Angel Komm, krieg ihn, krieg ihn Nice Will you remember me Or can we Go back To the way things used to be Looking for that glimmer of light Inside the darkest storm and open war Working towards that happiness I'm searching for Repeated questions like Will this ever happen? I'm stressing all the time man Was ist richtig gut Nice, nice, nice Achtung, nach unten Nice Achtung, springt, keiner springt Hat verkackt Nein, sie seid unten So weit tot Aber jetzt müsst ihr schauen Dass sie nicht abbauen können Soll ich mit Ach, du schießt auf dich unten? Ah, getroffen Okay, nice Jetzt wirst wir einfach safe machen Wenn ihr nach vorne geht Spamt Blöcke damit Man nicht einfach abbauen kann Ja, ja Richtig, genug Blöcke mitnehmen Und sie spammen Auf die Seite Auch einfach unter euch Damit das scheiße ist Um abzubauen Ich hab oben Leute, ich hab oben No joke Halt's auf jetzt Nein, 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 nein Ich hab alle bekommen oben Lol, hä? Fuck, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Nein, unten durchpushen Unten durchpushen Nein, unten spleefen, oder? Ich würd nicht Nein, bringt nichts mehr Bringt nichts mehr Soll ich hochkommen? Ja, einer geht hoch Einer geht hoch Einer geht hoch Aber ich hab den Bogen Aber der Bogen ist noch Der lebt auch von denen Hä, ich dann tröste Deshalb haben sie das Gefühl Sie könnten oben noch holen Aber ihr könnt jetzt unten durchpushen Die werden nicht auf unten gehen Im Moment auch, glaub ich Das ist euer Das ist so eine Regie Die holt seine Hit-Salzer Unten drüft einer Und drüft einer Wir können halt easy schon EP machen Sagt, wenn keiner mehr base ist Sagt, wenn keiner base ist Es ist einer base, der ist full equipped Der baut gerade das Bett einer Besser ein Der andere ist Weil wir am abbauen Der ist aber full equipped Und hat einen Bogen auch Der kommt halt schwer durch Weil da alles mit Block spamming ist Aber es ist gut Weil der hat übelst lange Wenn er da ein bisschen nach vorne kommen will Mit dem abbauen Wenn du den einmal tippst Dann ist er schon am Arsch Also sollen wir alles auf unten setzen Einfach oben Ich würde alles auf unten setzen Ehrlich gesagt Weil von oben Dass euch jetzt noch der Bogen tippt Ihr seid grad so gut drin Und seid so weit vorne Und müsst einfach schauen Dass die unten euch nicht liegen Aber wenn ihr unten durchkommt Durchkommt Durchgehend pushen könnt Meine EP ist ja jetzt schon richtig easy Das ist ja Ja Oh mein Gott, ich hab oben noch, ich hab oben noch, ey, ich hab kein Essen mehr, ich regeniere meine drei Herzen nicht mehr. Ich bringe eine EC hoch, oder? Soll ich EC hoch bringen? Sag schnell. Ja, ich würde auch bringen. Melo, bist du safe? Nein, das ist zu riskant. Mach's nicht, mach's nicht. Aber es ist echt gut. Ja, ich hab nicht, ich hab nicht. Aber es ist echt gut, wenn Melo oben bleibt, weil dann haben sie immer noch, also ja, das ist übelst, das ist übelst gut. Einer oben und die anderen pushen unten durch, das ist richtig gut, Leute. Es funkt. Es funkt. Dein Bow hat jetzt noch ein richtig guter Bowbeiß. Macht ein paar Blöcke und dann abspringen. Nein. Ja gut, nein. Und jetzt spring, 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 listen. Ja, ich hab viel zu wenig Herzen. Ah, dann spring nicht. Ja, spring, logisch, oder? Ja, ich hab viel zu wenig Herzen, dann spring nicht. Oh mein Gott, Leute, ich werde oben verlieren jetzt. Nein, 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 bitte nicht. Schöne Lippen. Ich hab nichts mitgenommen. Ich hab nichts mitgenommen. Aber Leute, ähm, listen. Ja. Der Bogen da, der ist eigentlich gar nicht so scheiße. Das ist ein Mann, der permanent einfach irgendwo da oben steht. Und der gar nicht so hart mehr so hat. Wir haben 22 Gold. Bau den, Frau, bau den Freisten. Ich würd den gar nicht töten übrigens, der oder da, der Bogen, der da oben steht. Der bringt gar nichts, wenn ihr den totet. Das ist eine Person, die durchgehend da oben steht und nicht die Base decken kann. Ja, okay. Aber bei uns auch, bei uns auch. Ja, aber bei euch ist es sinnvoll, weil die von oben sonst durchziehen. Okay. Also nicht töten? Würde nicht, das ist eine Person, die durchgehend nichts machen kann. Die steht da nur und macht dann nichts wirklich viel. Siehst du? Digga, Mann. Es ist richtig knapp für Melo oben zu halten. Achtung, du wirst, wenn du so springst, wirst du noch vom Bogen getroffen. Es ist echt riskant. Und wenn er oben verliert, dann werden die direkt über den One-Stick nach unten gehen. Schön. Siehst du? Achtung! Einer geht direkt über den One-Stick nach unten. Zu uns, von uns, bei uns, bei uns. Nein, 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 nein. Jetzt, jetzt. Achtung! Sorry, sorry, sorry. Nice, ist weg. Wir müssen uns nicht abspüchen. Perfekt. Oh, Melo. Der Bogen geht runter, der Bogen geht runter. Ja, der hat selbst gecheckt, dass er da nichts bringt. Ja, der hat selbst gecheckt, dass er da nichts bringt. Negativ. Oh mein Gott, der ist so nah. Ja, der ist echt low. Der ist verdammt low. Aber seht ihr, wenn ihr jetzt noch ein Schaf habt... Wenn wir jetzt TNT machen. Kecks holt TNT. Kecks holt TNT. Einfach so drei Schafe. Oder warte. Ja, ein TNT reicht. Sollen wir machen? Sollen wir machen? Zwei TNT. Ich holt drei TNT. Ich bin down. Hier sind noch Glöcke. Nein, 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 nein. Ich bin zu der Zonen. Nice, ok. Gib mal Essen bitte, Keks. Wenn ihr jetzt genau da an der Kante das TNT placed ist... Soll ich das machen oder was? Ja, wir müssen warten bleiben. Aber warte, 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 der Bogen von denen ist wibelsgespannt. Mach, 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 mach einfach, mach jetzt. Wohin, wohin denn? Nein, 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 jetzt ruf, nicht mal. Wohin soll ich das denn machen? Nein, noch nicht, noch nicht, wir müssen den hier downklicken. Okay, nice. Warte, und ich muss dragon, ich muss eigentlich dragon. Jetzt schön, jetzt schön auf die Seite. Weiter, weiter drüben, weiter drüben. Wo ist denn das Bett? Ich seh das von dir nicht. Hier, da, mach da, mach einfach hier. Genau da an der Kante. Genau da an der Kante. Warte, mach da. Hier, warte dem Loch. Links an der Kante, links an der Kante, vorne in der Ecke. Ich werd halt sterben, ich werd halt falsch. Ich weiß nicht, wo links die Kante ist. Äh, wenn du nach dem Base nach vorne, da wo die Ecke ist. Einfach in die Ecke vorne pläst. Mann, Junge, ich weiß nicht wo. Da, wo du den letzten Block geplacet hast, wo dekoniert den letzten Block geplacet hat. Rayling. Rayling. Mach. Los. Warte, wir könnten jetzt, seid ihr voll, seid ihr beide voll. Ja, mach, 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 mach. Ich hab vier, ich hab sechs Karten. Ja, ich bin auch, vier. Ich bin voll. Wo ist der letzte von denen? Ich seh nur drei. Ja, hier, unter uns ist einer und einer. Einer ist unter euch. Ich hab einen mit Gold getötet. Nice, Mann, der weiß. Mach jetzt, wir müssen jetzt machen. Wohin denn? Ja, mach jetzt, 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 hier. Mach da das Loch, das Loch. Warte, warte, nein, 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 nicht da. Nicht da, nicht da. Weiter, weiter vorne, weiter vorne. Das muss reichen. Weiter vorne. Ja, dann bau da noch ne Reihe oder so. Ja, genau, an der Reihe, an der, da dran setzen, da dran. Da in diese Ecke vorne. Ja, das ist aber viel. Dann werde ich aber runter geschlossen. Ja. Nee, wenn du es hinsetzt, tack, und dann, ähm, abzündet. Das geht. Das geht. Da kommt jetzt einer Mellow, bitte jetzt. Jetzt, macht jetzt, jetzt, hier. Hier, genau, hier. Und jetzt, da wo du stehst. Hier, da, hier, mach jetzt, hier. Ja, genau, genau, genau. Ja, genau, genau. Ja, genau, genau. Ja, 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 mach jetzt. Nice. Nochmal. Hinter euch, hinter euch, hinter euch. Hinter euch. Oh, nice. Nein, ich bin gestorben. Bitte. Nice. Oh mein Gott. Nice. Richtig. Aber einer ist jetzt unten. Oh, intense, Alter. Ey, wieso bist du gesprungen, Mellow? Der hat fruchtig getötet. Nice. Sehr schön. Der hat verlassen. Alter, richtig gut gemacht, Jungs. Ich hab ihn getötet. Aha, sehr gut. Alter. Dann hat er, dann hast... Einer ist gestorben. Einer hat MLG gemacht. Ja, ja, ja. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Wollt dich. Wollt dich. Alter, sag das bitte an. Einer bohnt sich nach unten. Einer ist beim Bett. Einer ist beim Bett. Ja, ich trink lieber Stärke. Ich trink lieber Stärke. Ja, ja. Kein Problem. Nice. GG, Alter. Boah, Digga. Was war das für eine Runde, Alter? Richtig nice. Aber 43 Elo. 43 Elo. Oh mein Gott. 43 Elo. Ey, mein Herz, ne? Oh mein Gott, Alter. Boah, mein Herz. Richtig geil. Jungs, aber das haben wir auch richtig geküsst. Jungs, aber das haben wir auch richtig geküsst.